na geht echt nicht der scheiß ist ausgescheidet ja weiß ich was ich gerade mal mache was machst du bild zu sammeln da gehe ich mal runter mal in den gang graben oder erst mal die kohle hier sammeln und dann brauche ich auch erst mal fackeln weil ich mir die pilzspuren nämlich brauche ich glaube man braucht die pilzspuren ach damit funktioniert es oder was weiß ich nicht wird es wohl das gerade nachgeguckt aber ich kann auch sein aus dem pilz aus dem weißen bild keine pilzspuren machen mein gott handy geben ich auch ein gag still und durchgehend vibrieren für britzeln wir britzeln man kann auch diese anderen toads toads mit dem braunen pilz oder mit dem anderen pilz auch kombinieren das ist auch super aus ich weiß wie unten salz marble 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 die tue keine salz aber du kriegst nur aus todstuhl pilzpuder powder ne keine ahnung bin ich halse ja brauner dai ne kriegst du nicht so glaubt zu 51 fackeln werden reichen erstmal erstmal ja palmlil das ist ein bisschen herumgucken leck ja ja bin noch ein bisschen am erkunden ja bisschen drumherum aber das ist das bei erkunden noch leck ist nun mal egal wie viel du zu weißt mit schlucht perfekt da haben wir 1 2 3 4 5 6 stück das schon mal dann können wir uns ne hau machen ne hau ne hau dass wir endlich mal ein feld machen können schon salz oh nimm mehr salz mit brummen jup mache ich auch da ist noch ein pilz diken wie viel habe ich vier stück bekommen ah da ist noch mehr gut gut dass man immer so neugierig ist und in den wänden rum gräbt noch aber meistens hast du da ja auch noch mehr ja meistens schon das noch mehr kohle das auch noch mehr eisen das ist schön ich habe nichts zu essen dabei wie immer hat er auch noch bambus hier oder was hm können nur sein ja golden bambus ja das gibts verschiedenen bambus das ist das ja schlimm genug kannst aber nichts anderes machen als die anderen hier mal das eisen holen was hier noch ist da komm mal ein bruder einfach rein haha wie immer ach ne hast du ja schon an fabi gemerkt also das ist ja ja denn ich bin Courte win die brauchen bestimmt irgendwie ein bisschen länger soweit ich weiß gut dann sammle ich die jetzt allein und platz hier die einfach alle hier alle wachs meine kleinen blaubeeren wachs komme nach oben erschein reicht ich brauche zu essen die sterben wie war das fleisch und was soll zwei stück brauchst du pro 1 verkauf kein organ ich verkaufe nix drogen gehen bitte weg welchen biome sind wir eigentlich wo steht das denn wie nur ein salz habe ich zwei warum habe ich zwei mal zombie jerky weil ich sie gerade gegeben hast darum aber man kann es auf jeden fall hier nicht platzieren ich glaube wir müssen es untergrundmäßig bauen ich gehe mal schauen ob man das irgendwo unten oder im dschungel kann auch sein auch hier unten schon zombie super hast du super ausgeleuchtet hier centos und da kommen noch mehr zombies hoch ja super wie kommt ihr denn auch auch da kommen die hoch ihr stand hat mäßige minecraft boah leckt das gerade ey was ist denn hier los ja hier ist der ding sein an ich gehe mal auf nur 7 chunks und heptchen da kommen nur 7 chunks das reicht irgendwie komischerweise ja ist doch gut spiel ja jetzt legt das echt gerade so hart sagte ich ja da war bis der fertig ist da kann ich auch nicht mehr platzieren ob sie zu kann ich nicht platzieren hier unten ich hab grad nicht irgendwo in den Raum erstellt das kann sein ich glaub da brauchst du auch kein Orkwood sondern da muss man im Jungle platzieren irgendwas war da ich war da hinten im Ding da sind sich immer froh Vogel du ja irgendwie geht das lass mal schlafen kurz ach du immer dann schlafen du also erst furzt in das Bett rein und soll ich mich da reinlegen klar sag ich mal in welches ich mich reingelegt hatte die Bäume hier lässt du stehen hab ich grad gemacht ist mir grad ja eingefallen dass das ja ging dass du Oxid und Köhren miteinander kombinieren kannst so und ich stepp den wieder oh komm mal der ist grad gewachsen ach ne war ja schon na der war schon hat er schon alle abgenommen hier das ist ja nicht ich nehme die alle mit mit haben wir noch Barry Bushes da irgendwo drin ja ich glaube da nimmt keiner einfach stehen lassen da hinten sind ganz viele hier 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 sind ganz viele Barry Bushes äh was auch immer was ist ja hier gleich vollgemein so passiv haben könnte wäre mal sinnvoll spiel bokini habe ich ja schon angepflanzt und das andere und die dinger suche ich ja schon Brokkoli und Arakishokken hast du es gefunden? hm ich weiß jetzt was du was du für dinger meinst ich hab es jetzt grad gesehen naja da wo das wasser ist da habe ich kleines Feld gemacht ich hab die Howe bei mir bam 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 da kommt natürlich ins Feld da ist ein kleines Feld ah ok ja Hau habe ich nur grad bei mir ah der Feld ist aber jetzt voll ja deswegen meine ich ja Hau habe ich bei mir das Skelett ok ok was ist das? keine Ahnung was das alles ist also irgendwie hasse ich das grad dass man soviel essen muss ne licht das wenn man das umstellt auf Hungry oder wat? ja das ist ja der Mod warum haben wir nicht auf Basic gemacht? ja mit drin ist weil Basic langweilig ist aha darauf ja aha ja 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 ich will ja dass ich gleich tot bekomme wir sind schlafe biernen 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 kacke ich war ja und am besten weiß nicht nicht essen und als bäume aussehen eine ziehe ich mir jetzt gerade rein zwei habe ich ja hingesetzt gehabt garden grass garden grass jetzt geht schön korn ballet hier ja das ist auch sowieso voll selten die dinge hat zwei nebeneinander gefunden ja wie ich das gefunden ist dann drei stück da musst du genau hinschauen ja mache ich ja auch wenn ich gelangt lauf das reingeste da ist irgendwas grün ist da wieder das könnte wieder ein garden sein warum das so nahe ja es gibt verschiedene dann heißen ja nicht nur garten und was so auffällt hätten sie schon was dann sein dass weil du jetzt weiter gegen läst das erst born jetzt daran kann es nämlich liegen so ein standard kubis yes nice gut das gehört gut 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 es ist noch mal ein ständiger kürzern Oh, no.